Es gibt einen Moment in dieser Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Seiten, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spieloffensiv oder dynamoffensiv wie Bayer. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist ein bisschen mehr Mehmet und mehr Basler. Ich habe erklärt mit diesen beiden Spielern, nach Dortmund, Blau, vielleicht halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen, zwei Tage der Training. Ein Trainer, nicht ein Idiot. Ein Trainer, sei, sehe, was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder hat gespielt Balder oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als das Spiel. Wissen Sie, warum die Italiener Mannschaft nicht diese Spieler kaufen? Weil wir haben gesehen, viele Male zum Spiel. Haben gesagt, sie sind nicht Spieler für die Italiener Meisters. Struss. Struss ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verlassen. Was erlaubt? Struss. In den letzten Jahren ist er Meister geworden mit Amann in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verlassen. Ich habe gespielt für 25 Spiele in diesem Verein. Ich muss sie respektieren, die anderen Kollegen. Sie haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Sie haben keine Mut an Worten. Aber ich weiß, was Sie denken über diese Spieler. Sie müssen sagen, es ist wie Samstag. Diese Spieler müssen, sage ich mich, es ist die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Sie müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde, jetzt erwarte diese Spieler, verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einige Mario, einige, andere Mehmet. Struss, ich spreche nicht, hat gespielt nur 25 Prozent des Spiels. Ich habe fertig. Absolut. Ich habe die Schraub tragen, ich habe heute wiederholen.